Microsoft hat die Untersuchungen zum Microsoft 365 Cloud Hack abgeschlossen und die Ergebnisse zeigen, es war noch deutlich schlimmer, als ich damals vermutet hatte. Was wir von Microsoft erfahren haben und was wir immer noch nicht wissen, das erfährst du in diesem Video zusammengefasst. Da das Ganze schon ein paar Monate her ist, ein kurzer Rückblick, was bisher geschah. Im Juli 2023 wurden zahlreiche Organisationen gehackt, die Microsoft 365 in der Cloud des Konzerns nutzten. Möglich war das durch einen Universalschlüssel, der MFA-Schlüssel, der wurde Microsoft nämlich geklaut und für Hackerangriffe in der Cloud missbraucht. Microsoft bemerkte den Eingriff erst Wochen später, nachdem ein Kunde seine Logs geprüft hatte, für die er in der Cloud extra bezahlen musste. Damals versuchte Microsoft den Vorfall herunterzuspielen, man vermied harte konkrete Worte und behauptete, es sei in Anführungsstrichen nur Outlook Web gehackt worden. Das sehe ich schon damals für falsch, alleine, weil bei den Microsoft Cloud-Diensten überall Single Sign-On aktiviert ist. Das bedeutet, wer sich zum Beispiel bei Outlook Web anmeldet, der kann mit dieser Anmeldung automatisch auf sämtliche Cloud-Dienste, die in diesem Konto als Abo gebucht sind, zugreifen. Microsoft veröffentlichte im September 2023 einen Blog-Eintrag mit den Ergebnissen der eigenen Untersuchung. Der zeigt das Ausmaß, welches weit über dem Vermuteten lag. Die erste Überraschung, der Angriff fand gar nicht erst im Mai 2023 statt, auch nicht 2022, sondern geht bis 2021 zurück. Im April 2021 ist ein produktives Signiersystem bei Microsoft abgestürzt und hat einen Crash-Dump von diesem Prozess angelegt. Das kann man sich wie eine Art Schnappschuss vom Speicher vorstellen. Darin sollten keine Schlüsseldaten enthalten sein, waren sie aber unglücklicherweise doch. Dies war der erste Fehler aus einer ganzen Reihe von Pannen, die anschließend zum GAU führten. Der zweite, sie hatten ein Verfahren, das sicherstellen sollte, dass dort keine Schlüssel drin sind. Auch das hat versagt und den Schlüssel nicht erkannt. Dieser Crash-Stump, der wurde von der produktiven Umgebung in das interne Firmennetz von Microsoft verschoben, um ihn dort von Entwicklern untersuchen zu können. Bei dieser Übertragung sollen sensible Kundendaten entfernt werden. Ein weiteres Mal haben die Schutzmechanismen komplett versagt. Irgendwann danach, also ab April 2021, wurde ein Microsoft-Mitarbeiter erfolgreich angegriffen, wodurch der Angreifer Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk bekam und aus diesem Schnappschuss, dem Crash-Stump von dem abgestürzten Prozess, den sensiblen Master Key extrahieren konnte. Wann genau das war? Das war es Microsoft selbst nicht, weil sie die Protokolle schon gelöscht haben. Sie wissen nicht mal, ob es wirklich genau so war. Sie haben keine Beweise dafür, sondern sehen es als wahrscheinlichste Erklärung, wie der Angreifer diesen MSR-Schlüssel bekommen hat, mit dem man Zugriff auf alle Konten bekommt. Interessant finde ich außerdem, wie Microsoft in ihrem Blog-Eintrag betont, wie stark isoliert und eingeschränkt ihre produktive Umgebung sein soll, also die Umgebung, in der ihr als Cloud-Nutzer eure Daten liegen habt. Das Unternehmensnetzwerk selbst, das scheint dagegen deutlich bescheidener abgesichert zu sein. Deswegen sollten solche Universal-Schlüssel auch das produktive Netzwerk niemals verlassen, so Microsoft. Es ist ja nicht so, als würde das irgendwie zusammengehören, zum Beispiel allein für den Quellcode der ganzen Microsoft-Anwendungen, die ganzen Office-Programme, Windows und Co., das liegt ja alles im Firmen-Netzwerk. Da kann man dann zum Beispiel Sachen einschleusen, manipulieren, etc. Solche Angriffe hatten wir schon, zum Beispiel mit SolarWinds. Dort zählte Microsoft sogar zu einem der bekannteren Opfer und hatte Glück, dass damals scheinbar nichts Größeres bei ihnen passiert ist. Zumindest soweit, wie wir durch die öffentlich verfügbaren Informationen wissen. Diesen sehr gravierenden Vorfall hat auch die Tagesschau zusammengefasst und macht das Ausmaß klar. Und was ich besonders wichtig finde, es wird darauf hingewiesen, dass niemand den genauen Umfang kennt oder weiß, ob die Angreifer vielleicht Hintertüren irgendwo eingebaut haben. Immerhin hatten sie ja Vollzugriff. Mindestens auf diesen Universal-Schlüssel für die Cloud-Konten, aber sie hatten ja auch eine ganze Zeit lang Zugriff auf das Microsoft-Firmen-Netzwerk. Der innenpolitische Sprecher von der FDP-Fraktion stellt zutreffend fest, dass die beste Verschlüsselung nutzlos ist, wenn der Schlüssel schlecht geschützt ist und dadurch in unbefugte Hände gerät. Das trifft es ziemlich gut auf den Punkt. Außerdem setzt er sich für das Schließen von Sicherheitslücken ein, statt diese staatlich auszunutzen. Das hätte hier zwar nichts geholfen, da das Problem bei Microsoft selber lag und nicht in irgendwelchen Zero-Day-Schwachstellen von Drittanbieter-Software. Dennoch grundsätzlich eine vernünftige Haltung. Gegen Ende stellt man wieder mal fest, dass das EU-Parlament ebenso wie Deutschland und auch andere Regierungen stark von Microsoft abhängig sind. Überall Windows, Teams, SharePoint und Exchange. Das solle man jetzt prüfen. Viel wichtiger finde ich aber die Forderung, sich endlich von Microsoft zu lösen und auf freie, selbstverwaltete Software zu wechseln. Diesen Schritt hat Indien bereits gegangen, nachdem sie durch Microsoft-Software zahlreiche Ransomware-Schädlinge sich eingefangen haben. Auch in Deutschland ist es an der Tagesordnung, wir haben mittlerweile nicht nur Betriebe, sondern auch staatliche Einrichtungen, die sich zum zweiten oder dritten Mal innerhalb von wenigen Jahren mit Ransomware das komplette Windows-Netzwerk lahmgelegt haben. All das passiert unter den Augen von angeblich über 3.500 Sicherheitsexperten, die laut Microsofts Werbeaussagen allein für die Azure Cloud vom Konzern verantwortlich sind. Wie viel Sicherheit das gebracht hat, haben wir nun schon mehrmals gesehen. Es ist ja auch nicht der erste Totalschaden in der Microsoft Cloud, sondern einer von vielen. Gegen dieses schwerwiegenden Qualitätsmängel unternimmt der Konzern offensichtlich sehr wenig bis gar nichts. Die letzten Schwachstellen haben alle Kunden und Sicherheitsforscher auf eigene Faust gefunden, die teilweise noch mit extra Zusatzabos sich den Zugriff auf die Logs erkauft haben. Hätten die sich also auf Microsofts 3.500 Sicherheitsspezialisten verlassen, wie es die Werbung ihnen suggeriert, dann wären diese Angriffe wohl niemals aufgefallen. Ich hoffe, ihr seid nicht in der Microsoft Cloud und daher nicht von diesen ganzen Mengeln betroffen. Wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.